Dann kommt eine Ausblende. Ah, wir gehen zum Münzschrank rüber. Es ist Mitternacht und Akiba ist praktisch leer. Die Stille ist ziemlich gruselig. Kein Anzeichen, dass irgendjemand sich in der Nähe der Münzschränke befindet. Wenn ich die Größe des IBMs bedenke, könnte er niemals in einen normal großen Schrank hineinpassen. Sie muss ihn in einen der drei größeren auf der rechten Seite hier gepackt haben. Das Licht ist an. Der untere Schrank wird immer noch benutzt. Ist der IBM immer noch da drin? Mein Herz fängt an in meiner Brust zu schlagen. Ich fühle, wie mein Gesicht errötet oder erhitzt vor Anspannung. Wir waren zu lange vor, voneinander getrennt, Partner. Aber jetzt trennt uns nur diese dünne Schranktür. Es fühlt sich so Liebe an. Schatz, eine Schranktür trennt uns nur noch. Das muss wahre Liebe sein. Okay. Lasst uns nicht verrückt werden. Ich zwinge mich selbst, die Situation ruhig zu überdenken. Ist der IBM wirklich da drin? Ich will das jetzt sofort überprüfen. Ich kann es nicht glauben, dass ich vergessen habe, um Moeka zu fragen, welchen Schrank sie benutzt hat. Soll ich mir ein Brecheisen holen und irgendwie den Schrank aufbrechen? Wenn der IBM wirklich da drin ist und ich ihn stehle, was wird auf dieser Weltenlinie passieren? Ich habe... Ich muss immer noch alle übrigen D-Mails auscanceln. Wobei ich dachte, dass das die einzige Möglichkeit wäre, die Ursprungsweltenlinie wiederherzustellen. Aber jetzt ist der IBM so weit in meine Nähe gerückt. Warum kann ich ihn nicht einfach greifen und ihn mir nehmen? Ich weiß, wie ich Moekas D-Mail auscancelte. Also kann ich das immer noch tun, wenn das hier nicht funktioniert. Lass es uns versuchen, nur um sicher zu gehen. Als erstes statte ich dem Labor einen kurzen Besuch ab. Ignoriere die Beschwerden der anderen Labormitglieder, die wach geblieben sind im Labor die ganze Nacht. Und hole ein selbstgemachtes Brecheisen aus dem Entwicklungsraum. Dann kehre ich zu den Schränken zurück und stoße die Spitze der Brechstange in den Spalt der Tür. Was ein Alarm auslöst. Sehr gut. Gerade als ich versuche, den Schrank zu öffnen, erschallen Sirenen in der Nacht. Ich sehe nach oben und die roten Lächter eines, äh, Polizeiautos kommen in meine Richtung. Das Timing könnte nicht beschissener sein. Die Polizei lässt mich gehen nach ungefähr 30 Minuten des Scheltens. Ich kehre zu den Ränken zurück und versuche sie nochmal zu öffnen. Sofort danach kommt eine weitere Polizeipatrouille vorbei. Dieses Mal nehmen sie mich mit zur Polizeistation. Ich bleibe die ganze Nacht im Verhörraum, werde von sämtlichen, äh, ähm, getting preached to by Policemen, werde von den Polizisten, äh, belehrt. Ich komme zu dem Schluss, dass das ein weiterer Effekt des, äh, Anziehungsfelds sein muss, der Konvergenz. Egal was ich versuche, ich kann den IBN in dieser, auf dieser Weltenlinie nicht an mich bringen. So hat das Schicksal entschieden. Äh, ich bringe die Polizei dazu, meinen Vater anzurufen und sie lassen mich endlich gehen. Sie sind nicht so weit gegangen, mich einzusperren, aber die Polizisten, äh, so wie mein Vater, haben mich hart gescholten dafür. Ich verhalte mich entschuldigend, aber in Wirklichkeit, äh, fallen ihre Worte auf Taubeohren bei mir. Nachdem mein Vater mich nach Hause gehen lässt, gehe ich direkt zu Mekas Apartment. Ich versuche nach ihr zu rufen, oder sie anzurufen, hm. Ich habe die Gelegenheit genutzt, ihre Handynummer mir gestern einzuprägen, aber sie will nicht rangehen. Bevor ich dort ankomme, sende ich ihr eine Mail an Daru, ähm, und bitte ihn darum, später den Schrank zu überprüfen, ob er immer noch besetzt ist. Die Tür zu Mekas Apartment ist nicht verschlossen. Und ich finde Mueka in einer Ecke, wie sie ihre Arme um ihre Knie gelegt hat, so wie als ich es im ersten Mal gefunden habe. Du hast den IBM in den Schrank unten rechts gelegt, richtig? Woher, weißt du das? Guck mal eine Mail! Wenn es jetzt von meiner Assistentin ist, und irgendwas mit sie hat mich erschreckt, ist, dann wäre das eine 4 von 6 True Endings gewesen. Weil ich meine, wir könnten den Punkt vielleicht erst erreicht haben. Von allen Schränken könnten nur diese 3 den IBM beinhalten. Und davon war nur der untere in Benutzung. Speichern! Zacka. Schauen wir nochmal auf die Mail von... Daru. Okay, es ist nicht Christina. Das heißt, wenn wir bis jetzt keine Mail bekommen haben, dann... Ist das... Sind wir vielleicht wirklich schon in dem Punkt vorbeigeschlittert, wo wir entsprechend 4 von 6 hätten. Ich bin ja eh nicht davon ausgegangen, dass wir die perfekten Endings, die Checkliste dafür geschafft haben bisher. Aber gut, das ist jetzt praktisch nochmal meine Bestätigung, denke ich mal. Daru schreibt, hab's gefunden. Überprüft der große Schrank auf der unteren rechten Seite ist immer noch in Benutzung. Worum geht es hier? Mach mich nicht zu deinem Laufburschen so früh am Morgen. Du nach! Wüte das, Miley. Wenn das der Schrank ist, den du benutzt hast, dann hat FB ihn noch nicht abgeholt. Weißt du, was das bedeutet? Mueka. 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 Das Wort, das mich jagt durch meine Albträume, durch dieses Spiel. Stirnrunzeln. Ha! Verzie... Naja, Stirnrunzeln ist ein schönes Wort, aber... Runzelt die Stirn oder verzieht die Augenbrauen? Das bedeutet, wenn wir diesen Schrank beobachten und dort warten, dann wirst du FB treffen. Das ist schon ihre Aufmerksamkeit bekommen zu haben. Das ist dir noch gar nicht aufgefallen. Du bist eine ganz schön beschissene Geheimagentin. Ich gehe jetzt dorthin. Kommst du mit? Was wirst du tun, wenn du sie treffst? Ihr Handy ausborgen. Das ist die beste Art und Weise, Mueka davon abzuhalten, zum Yanabashi schreien zu gehen. WB, Ape. Ich hatte damals einen fairen Storyabschnitt auf Kurizos Mail nicht geantwortet. Du meinst, das ist der... Oder einer der Punkte, der mir gefehlt hat, Darkness. Ja, kann sein. Ich habe mir die vorigen Charts nur... Ich glaube, ich habe sie überflogen. Aber ich habe jetzt noch nicht wirklich recherchiert, wie es sich denn verhält mit den Checkpoints für das True Ending. Von daher, das werde ich dann in einer ruhigen Minute dann nochmal für mich selbst machen und dementsprechend einen Speicherstand vorbereiten. Und viel durchskippen den Text auf jeden Fall. Ich wollte noch gucken, was du machst. Okay, Moment. Hinter mir findet gerade bei Ni No Kuni Glücksspiel im Casino statt. Heißt das jetzt eigentlich, dass ich in diesem Stream hier Glücksspiel promote? Müsste ich dann nicht gesperrt werden? Noch spielt sie nicht. Okay. Ist das eine Drohung? Nein! Dann gewinne ich wenigstens. Jetzt! Jetzt! Triple Treffer für mich, Leute! Yes! Mann, bin ich gut! Den Soundtrack hatte ich nicht ohne Grund ausgewählt, Harron. Sie spielt seit ein paar Tagen wieder Ni No Kuni. Sie hatte Teil 2 fettig gestreamt und da der nicht so gut war, hat sie Lust auf Teil 1 bekommen. Was ich nachvollziehen kann von dem bisschen, was ich vom zweiten Teil gesehen habe. Irgendwie sieht der erste um einiges besser aus. Äh, ja gut, du könntest, also wenn du es überprüfen willst, Darkness, wenn du dir die Mühe machen möchtest, musst du nicht für mich tun. Ich meine ja nur, wenn du es für dich tun willst. Die Flowcharts sind alle bei der, oder auf der Wiki zu finden von dem Steinsgate-Spiel hier. Da hatte ich sie immer gesehen. Das ist eine Reihe von Bildern, von daher ist es leicht zu überprüfen. Ich kann sie nicht, äh, nicht treffen. Ich habe zu viel Angst, dass, äh, the real me, mein echtes Ich könnte niemals ihre Erwartungen erfüllen. Irgendetwas sagt mir, dass ihre Erwartungen, äh, von Anfang an nicht allzu hoch gewesen sind. Moekas Gesicht verzieht sich wieder. Ich bin ziemlich direkt zu ihr. Nicht nur, weil Moeka Majoris Mörderin ist, aber auch, weil Moegnas, Moegna, genau, Moekas Schwäche langsam anfängt, mir auf die Nerven zu gehen. Genau wie Daru's, äh, genau wie Daru's Mail, ähm, gesagt hatte, oder wie es drin stand, sind die Schränke, ist der Schrank immer noch besetzt, als ich dort ankomme. Nein, Nikolas, ich hatte es, glaube ich, im Discord geschrieben gehabt, aufs schwarze Brett. Ähm, ich befinde mich zur Zeit bei Shiva, also meiner Freundin, bis die Uni wieder losgeht und wohne hier sozusagen auf Probe. Damit man mal guckt, ob das denn funktionieren würde. Und bis jetzt funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Und der Vorteil ist, dass Ping Ping zu Hause geblieben ist und ich dementsprechend nicht allzu viele Upload-Schwierigkeiten hier habe. Hihi. Und ich habe meinen PC hier mitgebracht, weil ganz ehrlich, was wäre ich für ein Nerd, wenn ich, äh, sechs Wochen, äh, am Stück auf mein, mein gutes Stück hier verzichten würde. Also, ich meine, ich bin genauso gerne bei meinem Schatz, aber warum soll ich auf das eine verzichten, wenn ich beides haben kann? Ganz einfach. Ach, Prost. Ich schaue mich um, sicher zu gehen, dass dieses Mal keine Polizeiautos in der Nähe sind. Und ich habe dieses Mal auch kein Brecheisen dabei. Ich, ähm, I don't, ich habe nicht unbedingt, äh, das Bedürfnis nochmal, ähm, eingebuchter zu werden. Ich gehe über die Straße, äh, nach Daibiru, verstecke mich hinter einer der großen Säulen und, äh, fange meine Beobachtungsmission an. Meine Beine werden aber langsam müde, denn es ist anscheinend Nachmittag bzw. Abend geworden. Äh, ich wollte mir eigentlich Mayoris, äh, tragbare Gaming-Konsole ausleihen, aber ich hatte mich entschieden, dass ich diese Ablenkung nicht brauchen würde. Trotzdem ist es ziemlich hart, die ganze Zeit hier nur rumzustellen. Äh, ich muss die ganze Zeit dazu noch, äh, auch unverdächtig aussehen. Jemand könnte bemerken, dass ich hier herumstehe, äh, am selben Ort für Stunden am Stück. Ich möchte nicht, dass irgendein Sicherheitsmann mir Probleme macht oder so. Ich meine, ich denke, es gibt nicht allzu viel, äh, worum ich mir da Sorgen machen muss. Ich bin bereits über sieben Stunden hier ohne irgendeinen Zwischenfall. Meine Beine werden taub, also setze ich mich hin und lehne mich gegen eine Säule. So hungrig. Ich, ich versuche gerne jetzt etwas essen, aber ich kann meine Augen nicht von dem Schrank nehmen. In diesem Moment tippt mich jemand auf die Schulter. FB! Ich versuche auf meine Füße zu springen, aber meine Beine verheddern sich und ich falle nach vorn über. Sehr gut. Hallo, Moeka. Moeka steht dort, sieht auf mich herunter mit ihren glasigen Augen. Oh mein, was machst du hier? Ich will auch, äh, die Stellung halten. Ist das okay? Warum der Sinneswandel? Warum der Sinneswandel? Ich stehe auf und wische mir den Staub von den Klamotten. Du hast nur mit den Eierkontenfällen, wie es sein muss. Es hat Wut, Wut bei mir gemacht, Leute. Wut, Wut. Weil mein Handy nämlich auf meinem Schreibtisch vor mir liegt, weg. Das musste mich mal aber angeschrieben. Zweimal angeschrieben, herrheilige Scheiße. Das muss wichtig sein. Du warst doch zufrieden mit deiner nur-Mail-Beziehung, oder? Ich dachte, du möchtest diese Art von Distanz beibehalten. Also, was hat dich dazu gebracht, dieses Meeting zu riskieren? Okay, muss ich nachher darauf antworten. Wenn das so weitergeht... Moika legt ihren Kopf auf ihre Knie. Sie sieht, äh, bereit dazu aus, loszuweinen. Ich habe diesen Gesichtsausdruck schon vorher einmal gesehen, in ihrem mondschein-erfüllten Apartment in der Nacht. Wenn die FD-Karte nicht mehr verletzt, dann... Also, theoretisch müsste man ab Kapitel 4 wieder starten, wenn ich das perfekte Ende erspielen würde, Agnes. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Dann kann ich mir, wenn ich mir später nochmal angucke, dann bei Kapitel 4 ein bisschen mehr drauf achten, was man da tun müsste. Wenn ich den Kontakt zu FB verliere, dann verliere ich meine Verbindung. Dann verliere ich meine Verbindung. Zur Welt? Moika nickt leicht. Du kannst es nicht ertragen, alleine zu sein oder für dich selbst zu sein, und trotzdem beendest du das Leben eines unschuldigen Mädchens wegen irgendeiner Person, die du niemals getroffen hast, die das einfach so sagt. Du bist eine Kultistin, meiner Meinung nach. Und ihr Kultanführer, FB, missbraucht ihre Schwäche dafür, nutzt ihre Schwächen aus, bevor sie sie einfach wegwirft wie alte Klamotten. Bei meinem Playthrough dürfte ab Kapitel 7 reichen. Habe ich so viele Flags getriggert? Das wäre cool, da, Agnes. Ui. Es pisst mich an. FBs Grausamkeit, Moikas Schwäche, ich kann mir nicht entscheiden, was ich mehr hasse. Dann zeigt mir Moeka nervös eine Tüte aus dem Gemischwarenladen. Und da kommt er noch. Was ist das? Wenn ich da noch einen Save hätte. Uuuuh. Naja, gut. Also ich habe noch meine festen Saves von Kapitel 7 von... Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich glaube... War das hier relevant? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich werde ja eh noch einmal speichern zwischendurch. Von daher, und das hier ist Kapitel 5. Gehen wir davon aus, ich kann das überspeichern. Ich habe ja noch meine Super-Safe-Games hier. Mit den tollen Ansager. Sie stimmt zu. Sie ist abgelenkt, aber sie stimmt zu. Theoretisch könnte man ab dem Zeitpunkt weitermachen. Also ich meine, es ist Kapitel 7 irgendwo Richtung Ende. Da müsste man mal gucken, wo die Flag ist in dem Punkt. Aber gut, ich kann mir theoretisch einfach mal... Google? Ich bin nicht am Googlen, Schatz. Aber danke. Ich save mir einfach mal Kapitel 6, das letzte Kapitel 6 hier, bevor es auf 7 übergeht. Und ich überspeichere das mal nicht. Das wäre schon mal nicht doof. Und einmal Kapitel 5 speichere ich mir hier auch, damit ich damit den noch frühesten Zeitpunkt habe, der mir jetzt gerade erhalten geblieben ist. Danke für die Info, Darkman. Das ist schon mal ganz hilfreich. Gut. Laden. Moeka. Weiter geht's. Ja, ich glaube, Okabe ist jetzt gerade so ziemlich Moekas neue Kontaktperson geworden, weil er die einzige Person ist, die mit ihr spricht. Nicht unbedingt aus Nächstenliebe natürlich, aber eher noch als FB gerade, von daher. Statt zu antworten, sieht Moeka weg. Ich schaue in die Tüte hinein. Oh, Milch und... Bohnenbrötchen. Wahrscheinlich dieser Bohnenpasten-Teig, den es gibt in Japan. Irgendwann ist da ein Fleck auf meinem Bildschirm gewesen, was ich hasse. Äh, genau das, was man jetzt braucht bei so einer Beobachtungsmission. Ich glaube, da ist er. Einen Moment, Leute. Ich muss putzen. Er ist Milch. Im Vergleich zu deinem Bildschirm halte ich meinen sauber. Genug für zwei. Möskasche... Sashireko? Der war gut. Hihihi. 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 Jetzt magst du mich nicht mehr. Du hast das für mich mitgebracht? Moeka neckt. In Ordnung, dann darfst du mir hier Gesellschaft leisten. Was heißt Stakeout, Leute? Kann es meiner von euch bitte nachgucken? Ähm... Jetzt, wo wir uns abwechselnd mit dem beobachten, ähm... Sehen wir auch nicht mehr so verdächtig aus für irgendwelche Passanten. Na, es wird Abend? Ja, es wird schon spät. Die Nacht zieht daran und immer noch kein Anzeichen von FB. Wir... Wechseln uns ab. Observation. Danke, Abe. Äh... Wir wechseln uns ab in Stunden... Schichten. Aber es hilft nicht wirklich gegen die Erschöpfung. Äh... Dazu kommt noch, dass ich niemanden habe, mit dem ich reden kann. Moeka kann die Konversation nicht am Laufen halten. Also habe ich nichts, was mich da von ab... Von der Langeweile abhält. Ich gehe zum Labor zurück, um zu duschen, bevor... Vor Sonnenuntergang. Aber Kurisu, die... Äh... Die... Die ganze Nacht an der Zeitsprungmaschine gearbeitet hat, hat mich einfach nur böse angesehen. Na denn. Die Warterei endet dann endlich am 13. um 1 Uhr nachmittags. Jemand kommt und öffnet den Schrank. Wir schauen zu von hinter der Säule. Es ist ein unbeschreiblich aussehender Mittel... Mann mittleren Alters. Er ist in einem neuen Anzug gekleidet, aber... Er trägt... Er trägt ihn... Er steht ihm relativ schlecht, als wäre... Die Hanks oder Poli... Ähm... Er trägt ihn nicht sehr... Vermutlich nicht so natürlich, als wäre er es nicht gewohnt, ihn zu tragen. Ist das F.B.? Ist das F.B.? Moeka schüttelt, äh... Entschlossen den Kopf. F.B. ist... Eine Frau. F.B. ist deine Frau. Soll ich mich... Ich weiß nicht, dass sie jemanden angeheuert hat, um es abzuholen. Oder es könnte von jemandem sein, von der Schrankfirma, der den Schrank leeren soll, weil er lang überfällig ist. Das würde uns alle zu Idioten machen. Moeka, F.B. und mich. Äh... Der Mann hat einen Schlüssel zum Schrank. Er bezahlt die Verspätungsgebühr von 100... oder in 100 Yen Münzen. Dann entfernt er eine Pappkiste mit dem I.B.N. dort drin. Der Mann hat soweit mitgebracht und einen kleinen Karren mitgebracht. Er legt den I.B.N. dort drauf mit ein bisschen Mühe und geht davon. Oh so. Wir folgen ihm. Der Mann geht direkt zum Akihabara Bahnhof. Merkwürdig genug ist es, dass er zu einem übergewichtigen Mann hinüber geht, der vor der Ticketmaschine oder vom Ticketschalter Automaten steht. Der übergewichtige Mann trägt ein T-Shirt und zeigt alle Anzeichen eines Otakus. Er scheint nichts mit dem ersten Kerl gemeinsam zu haben, der aussieht wie ein durchschnittlicher Verkaufstyp. Sie übertragen oder er übergibt den I.B.N. an den... Ne, sie packen den I.B.N. in den Koffer des übergewichtigen Mannes. Nachdem sie ein paar Worte ausgetauscht haben, geht der übergewichtige Mann alleine in den Bahnhof hinein. Und der Kerl im Anzug geht. Joder. Merkwürdig. War das eine absichtliche Übergabe? Oder was war... Moment. Was war der Zweck dieser Übergabe? Mein Fehler. Ist dieser übergewichtige Mann F.B. Oder war es nur eine weitere... Ein weiteres Kettenglied in dieser Verbindung hier. Egal. Wenn wir dem I.B.N. weiter folgen, dann sollten wir irgendwann bei F.B. ankommen. Wir gehen hinein in den Bahnhof. Ja, in dem Punkt gebe ich dir recht, Rarron. So ganz Sympathiepunkte für Muika habe ich auch nicht übrig, natürlich. Aber besser als wenn Okabe das Ganze hier alleine machen müsste. Brrr. Der übergewichtige Mann betritt die Yamanote-Linie. Du, jest. Was hast du denn? Uuuuh. Da entwickelt sich ein Begleiter. Kann man das sehen? Nein, man kann das grottenschlecht sehen. Also vergesst es sofort wieder. Aber ich will es sehen. Also, ihr habt Stream-Pause. Eine Minute. Los. Ich hoffe, ich will es sehen. Leute, Wanderwicht oder Wasserwicht? Jetzt einfach schreiben. Nicht denken. Was denn? Ich würde sagen, ich würde sagen, ihr Wanderwicht oder Wanderwicht oder Dämonen sind. Drei. Ich will sie Wasserwicht. Okay. Ape ist für den Wanderwicht. Second Sand für Wasserwicht. Darkness für den Wasserwicht. Und wenn wir beide ausgeliehen sind, führt gerade der Wasserwicht. Kommt noch eine Stimme rein. Ich zähle runter. Fünf. Vier. Okay. Zwei Stimmen für Wasserwicht. Was hat gewonnen? Du hast dein Bild. Echt. Ich bin fett. Jetzt will ich sehen. Sorry, Leute. Ich weiß, es ist gerade Ablenkung. Aber ihr seid es auch von mir gewohnt. Bring mal den Wasserwicht mal kurz sehen. Okay. Ein kleines Gehirn ist etwas, was blau angelaufen ist. Ihr wisst Bescheid. Die Begleiter in Ni No Kuni kann man fangen ähnlich wie Pokémon und dementsprechend auch entwickeln. Von daher haben wir jetzt den Hauptbegleiter des Helden auf die höchste Stufe entwickeln können. Das wollte ich mir ganz gerne ansehen. Entschuldigt. Der übergewichtige Mann betritt die Yamanote Zuglinie. Wir betreten den nächsten Wagen und beobachten ihn durch die verbindende Tür. Es ist der Nachmittag eines Arbeitstages, also gibt es hier nicht viele Passagiere. 30 Minuten später kommen wir bei der Shinjuku Station an. Hier macht der Zug diese Schattenkriege. Achso, ab diesem Punkt hier sieht man einen Anstieg an Passagierverkehr. Einen scharfen Anstieg in diesem Zug. Er steigt aus. Moeka zieht an meinem Ärmel. Der übergewichtige Mann ist in den Strom von aussteigenden Leuten eingetaucht. Er will gerade hinausgehen auf die Plattform. Wir folgen ihm, aber durch unsere langsame Reaktion müssen wir uns durch die aussteigenden Passagierin durchdrängen. Die Türen schließen sich und der Zug fährt langsam weg. Der Mann fängt an zum Ausgang zu gehen. Shinjuku ist ziemlich gut gefüllt, also müssen wir nah bei ihm bleiben, damit wir ihn nicht verlieren. Und dann stoppe ich plötzlich in meinem Schritt. Der Mann hat nichts mehr in der Hand. Oh, seine Tasche ist weg. Für eine Sekunde dachte ich, wir sind dem falschen Mann gefolgt, aber nein, es ist definitiv er. Wir haben ihn die ganze Zeit beobachtet auf dem Zug. Im Zug. Es gibt keinen Zweifel, dass er dort die Tasche mit sich hatte, als er den Zug in Shinjuku angekommen ist. Könnte er das Ding an jemand anderen gegeben haben in der Menge? Sie wissen, wie man ihre Spuren verwischt. Hallihallo, mein lieber Güli! Wir brauchen jetzt irgendwie so einen blöden Spruch, wie Suin hat von wegen... Oh, Zeitsprung, sehr gut. Wie Suin hat von wegen, willkommen bei den Glücksknilzen mit so und so viel Blabla auf TV oder sowas. Ich will noch irgendwas mit Chocobos, keine Ahnung. Wir sind nicht mehr die armen Irren, auch wenn wir uns manchmal so verhalten. Keine Ahnung. Ich kehre zum Labor zurück und springe eine Stunde zurück. Ich finde mich selbst im Zug wieder. Ich weiß, es ist eine schlechte Maniere, mein Handy im Zug zu benutzen, aber das ist jetzt ein Notfall. Laut der Zuganzahl... Ich zeige, wollen wir gerade Otsuka verlassen und nach Ikebukoro fahren. Drei Stops noch bis Shinjuku. Ja, okay. Moeika ist neben mir und verhält sich unauffällig. Ich schaue hinüber zum übergewichtigen Mann im nächsten Wagen. Ich schaue hinüber zum übergewichtigen Mann im nächsten Wagen. Sie werden in Shinjuku ihren... ... äh, weitermachen. Der Kerl dort wird aussteigen, aber in Wirklichkeit gibt er das Paket an jemand anderem weiter. Er hat uns ziemlich gut drangekriegt. Die Chocobo Farm aus 7. Zum Glück weiß ich ein ganz bisschen, was das ist, Darkens, auch wenn ich Teil 7 noch nicht gespielt habe. Willkommen auf der Chocobo Farm. Ich hoffe, dir geht es gut in Zukunft hier. Er hat uns gut drangekriegt. Sieht nichts aus, als hätte Moeika verstanden, was ich meine. Ich bin gerade von einer Stunde in der Zukunft hierher durch die Zeit gesprungen. Deine Blicke. Zeitsprung. Moeikas Augen, äh, weiten sich. Der Zug kommt in Shinjuku an nach Zeitplan. Nur um sicher zu gehen, lasse ich Moeika den Mann folgen, äh, in dem Moment, wenn er aussteigt. Bevor die Türen sich öffnen, bewege ich mich heimlich in sein Abteil hinein. Er hat immer noch den Koffer mit dem IBM bei sich. Leute, das wird ja ganz schön lange Verfolgungsjagd. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, dann müssen wir bei dem Punktschluss machen, wo die Moeika, das Moeika-Ending losgeht. Ihr könnt mich auch so schreiben, Büdi, da ich das tue, wegen den englischen Seiten, brauchen sie das Öl nicht haben. Achso, darum geht es dir, Büdi, okay. Jetzt verstehe ich. Jo, das werde ich ja noch rausfinden müssen, Darkness. Muss mal wieder Final Fantasy schneiden. Aber ja, das... Da muss ich mir irgendwann mal wieder Zeit für nehmen. Ist einfach gerade sehr viel zu tun. Und da ich meine liebe, bessere, schöne Hälfte neben mir sitzen habe, die mich gerade missbilligend ansieht, und mit dem Kopf nickt, äh, habe ich das Gefühl, ich sollte lieber das Ganze entspannt angehen, genug Zeit mit ihr verbringen und, ähm, die Streams einfach haben und dafür YouTube ein ganz bisschen in Ruhe lassen gerade. Naja, man findet schon irgendwo zwischendurch Zeit. Später diesen, oder den kommenden Monat wird es, denke ich, ein paar Gelegenheiten geben, wo ich dann am Vormittag schneiden und aufnehmen kann wieder. Zum Beispiel auch, na, Indie machen wir am Abend. Müssen wir da schauen. Äh, Ankunft in Shinjuku. Okay, die Türen öffnen sich und die Passagiere steigen aus. Der übergewichtige Mann geht auch, wie so beim letzten Mal allerdings. Ja, ich... Ich wusste es. Er lässt den Koffer im Zug. Und jetzt kommen die Passagiere von Shinjuku an Bord. Jemand geht hinüber zum zurückgelassenen Koffer. Es ist eine Frau, äh, in ihren Dreißigern, die einen Babywagen, glaube ich, vor sich her schiebt. Kein Baby drin. Die Frau schnappt sich den Koffer und legt ihn in den Babywagen und setzt sich hin. Nachdem ich diese Szene beobachtet habe, äh, kehre ich zurück in den Nachbarwagen. Muss folglich sein. Diese Kerle meinen es echt ernst, wenn es darum geht, eine Verfolgung zu verhindern. Ich wollte gerade sagen. Ich frage, ob Moeka jetzt gerade wieder eingestiegen ist oder warum hier ein kurzer Ladebildschirm war. Shiva zockt im Hintergrund, gerade Nino Kuni, Büli. Charon, das habe ich auch noch vorgehabt, aber Shiva wehrt sich, äh, vehement dagegen. Overcooked zu spielen. Wird sie, bitte? Ich will immer Steinskate spielen, sagt sie gerade hinter mir. Oder Pokémon. Das heißt, wenn ich was anderes machen wollen würde, würdest du sofort Overcooked mitspielen? Aha. Okay, Leute, wir streamen nachher noch ein bisschen Overcooked. Also ich würde sagen, wir machen... Warum nicht? Warum nicht? Heute nicht. Dann morgen. Vielleicht. Okay. Das heißt, ich muss dann noch ein bisschen die Pokémon trainieren, aber wir können ja theoretisch... Dann morgen ein bisschen Overcooked fertig spielen. Ist das nicht schön, Leute? Und vorher spielst du so gut. Oder danach. Nachdem du es machst. Okay. Okay. Ganz neue, schöne. Charon dankt dir. Bitte, Charon. Wird, äh, Zug setzt sich wieder in Bewegung. Ich kontaktiere Mueka, damit wir uns später wieder zusammenschließen können. Nein, nicht morgen Vormittag, Charon. Am Arsch. Wir werden ausschlafen. Du schläfst bis neun wahrscheinlich morgen. Red nicht. Wundert mich nicht. Ich hab euch als Zeugen, Darkness. Wenn irgendwas schief geht, ihr dürft das gerne bezeugen, was gerade passiert ist, was sie gesagt hat. Nach diesem Vorfall wechselt das Paket den Kurier wie eine heiße Kartoffel. Es bewegt sich durch... Snacking around the tracks. Ja, oder bewegt sich wie eine Schlange durch die verschiedenen Zugstrecken, die sich durch Tokio bewegen wie ein Netz. Wann immer sie mir, äh, wann immer sie mich abhängen, springe ich durch die Zeit und setze meine Jagd fort. Am Ende, ähm, steigen der Kurier und sein Paket in die Hibiya-Linie ein und kehren zur Akihabara-Station zurück, wo alles angefangen hat. Boah, echt, ey. Ich erkenne den letzten Kurier. Es ist einer der Männer, der das Labor zusammen mit Moeke angegriffen hatte. Dunkle Haut, ein Crew-Cut, also eine bestimmte Frisur. Derjenige, der mich mit seiner Waffe geschlagen hatte. Der Mann trägt das 25-Kilo-Paket mit Leichtigkeit aus der Station hinaus. Wir folgen ihm. Ein Auto hupt uns an. Moeke und ich verstecken uns sofort. Aus unserer Deckung heraus sehen wir, äh, ein, oder sehen wir ein weißes Flachbett? White Flatbett parked in front of the Station. Irgendwas weißes, flatbettiges parkt vorm Bahnhof, weißt? Ein muskulöser Mann, äh, das Flatbett, ist das vielleicht sowas wie ein Pickup oder sowas? Hm. Äh, muskulöser Mann springt vom, oder steigt aus vom Fahrersitz. Hä? Hä? Den Teil habe ich vergessen. Ich kenne das Gesicht. Pickup Truck, danke, Abe. Es kann nicht sein. Ich versuche verzweifelt meine Gedanken zu organisieren. Das ist Tennoji Yugo, der Besitzer des Brown Tube Workshop. Mr. Brown. Warum? Warum ist der hier? Bedeutet das, dass er in Verbindung zu FB steht und zu den Roundern? War der Brown Tube Workshop nur eine Fassade fürs Herrn? Und ist das, äh, hat er so den Laden die ganze Zeit offen halten können? Was geht hier vor? Leute, ich habe vergessen, wie der Anime ab der Stelle geht. Von daher, den Teil kenne ich gar nicht mehr. Sein Geschäft ist genau unter unserem Labor. Wenn er für den Feind arbeitet, dann... Ich zittere bei dem Gedanken. Stopp, lass uns nicht zu irgendwelchen vorliegen Schlüssen kommen. Er könnte nur ein weiterer Kurier sein. Wir beobachten jetzt einiger Distanz. Ja, Darkness, das war auch, äh, John Pace' Name. Tennoji oder Ten... Tenmiwoji, genau. Glaube ich war es. Mr. Brown schnappt sich den Koffer von dem dunkelhäutigen Mann mit dem komischen Frisurhaarschnitt und lädt ihn auf den Rücksitz seines Autos. Dann steigt er selbst ins Auto ein, alleine, und fährt in Richtung Shovadori. Ich starre ihm hinterher, ungläubig. Ein weiterer Zeitsprung. Wir sind wieder bei den Schränken. Ich springe einige Stunden durch die Zeit, bevor wir... äh, zu dem Zeitpunkt, bevor der erste Mann am Münzschrank angekommen ist. Aber das Ende kenne ich wieder. Ähm, ich weiß noch, was als am Ende kommt, was der große Schocker ist, lieber Bühli. Der Teil hier ist noch, sagen wir mal, äh, so der Dreiviertelmarker, würde ich sagen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Deswegen will ich ja ein bisschen nachholen, heute und gestern. Dann erkläre ich die Situation zu Moeka. Mein Plan ist es, dieses Mal dem Paket zuvor zu kommen. Nachdem wir ein bisschen Zeit in einem Starbax verbracht haben, äh, mieten wir uns ein Auto. Ich habe keinen Führerschein, also muss Moeka fahren. Okay, also wir gehen, wir fahren zur Straße vor dem, vor der Umrundung, die in Richtung Shovadori zeigt und parken in der Nähe von Yodabashi Camera. Jetzt warten wir. Du siehst verängstigt aus. Wie lange fährst du denn jetzt schon? Paper. Erstes Mal. Paper? Paper Driver? Komm, du kommst dir das. Na, was? Das ist dein erstes Mal, komm schon, dann baue jetzt wenigstens keinen Unfall. Ich war überrascht, dass Moeka eine, äh, von Anfang an überhaupt einen Führerschein hatte. Offenbar hat FB ihr erzählt, dass der irgendwann mal nützlich werden könnte bei der Rounder-Arbeit. Ich lasse Moeka im Wagen warten, während ich mir, mich ein bisschen umsehe. Kreisverkehr, danke, Bühli. Äh, die weiße, die, ähm, Wagen, äh, White Station Wagons. Ja, die, äh, der Zug, die Wagen davon, äh, haben bereits angehalten. Aus der Distanz kann ich ganz klar Kenyoji im Fahrersitz erkennen. Niemand anders ist dort drin. Der Kerl mit der Frisur, äh, der Kerl mit der Frisur, sollte um 5 Uhr nachmittags ankommen. Ja, wenn du ihn vor 2 Monaten gesehen hast, Bühli, dann weißt du entsprechend wieder mehr als ich. Für mich ist der Anime, äh, und das gesamte Sehen des Animes von Steins Gate ist inzwischen mehrere Jahre her. Also wenigstens 5, würde ich sagen. Wie erwartet, kommt der Mann mit der Frisur, äh, pünktlich an und trägt ohne große Mühe den Koffer hinter sich her. Es fühlt sich so merkwürdig an, dieselbe Szene aus einem anderen Blickwinkel zu beobachten. Hm, ich beeile mich zurück zum Auto, wo Moeka auf mich wartet. Er kommt. Der Station Wagon rolls past us. Das ist nochmal Station Wagon, ich komm grad nicht drauf. Also, ich meine, worauf beziehen die sich gerade? Ist es jetzt eine, äh, der Zug in dem Sinne wirklich? Oder hast du was anderes gemeint? Hm. Äh, er macht eine Linkskurve bei, bei der Showa Dori, äh, Zwischenstelle. Hm, weiß grad nicht. In Richtung Okashimachi. Moeka setzt ihr, er muss nicht setzte Curl Motion, äh, bringt ihr Auto gemütlich weich in Bewegung. Worte, die ich heute nicht mehr hinkriege anscheinend. Am Ende kommen wir bei Tenyojis Haus in Akashimachi an. Das ist das Haus, wo Showa gelebt hat. Dieser rostige alte, ja, ihr rostiges altes Mountainbike ist immer noch vor dem Laden. Station Wagon ist ein Kombi. Achso, gut, darauf wäre ich niemals gekommen, Abe. Danke dir. Hast du den Film auch gesehen? Äh, nee, ich gucke in der Regel keine Filme zu Animesbüli. Von daher muss ich das verneinen. Nein, Steins Gate Zero habe ich auch noch nicht gesehen. Das werde ich, wenn überhaupt, erst tun, nachdem wir das hier durch haben. Äh, falls ich, wenn überhaupt, vorhätte, Steins Gate Zero das Spiel zu spielen. Was ja auch vor ein, zwei, drei Monaten rausgekommen ist, glaube ich. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber wir müssen mal gucken, weil diese Art von Spielen zieht sich inzwischen doch ein bisschen sehr lange hin. Und mit Danganronpa wird das ähnlich gehen. Von daher muss ich mal gucken, wie wir das in nächster Zeit handeln werden, wenn ich seitens hier oder seitens Uni wieder ein bisschen weniger Zeit habe. Ich denke, ich würde mal ein bisschen spontaner werden, was das Ganze angeht. Da muss, da beneide ich meine bessere Hälfte dahinten, die einfach nur streamt, worauf sie gerade bockert. Von mehreren Spielen zur Auswahl, aber das Argument bleibt trotzdem. Tenyoji bringt den IBM nach drinnen. Wir halten ein bisschen weiter die Straße runter an und beobachten das Ganze. Was bedeutet das? FB ist wo? Wo ist FB? Die Frage ist, warum er das Ding reinbringt. Behält er es oder verwahrt er es einfach nur oder ist er FB? Kennt er FB? Moeka besteht darauf, dass FB eine Frau ist. Also vielleicht handelt es sich um Tenyojis Frau, die ich niemals getroffen habe. Ich lese mir von Moeka eine von FB's Mails zeigen. Okay, ich kann so ein bisschen scrollen. Antwort, tut mir leid, dass ich nicht mehr nützlich sein kann. M4, es ist wahr, dass du nicht sehr gut mit Leuten umgehen kannst, aber ich denke, das ist nur ein Teil von dem, was dich einzigartig und besonders macht. Außerdem, du hast kein Problem damit, mit mir zu reden, oder? Aber ehrlich gesagt, M4, es gibt niemand anderen, der so hart arbeitet wie du. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin froh, dass du dich den Rounders angeschlossen hast. Selbst wenn niemand anders dich wertschätzt, ich werde immer auf dich aufpassen. Du darfst mich immer anschreiben, wann du möchtest. Und ja, da du endlich in Nagoya bist, solltest du einige der lokalen Delikatessen versuchen. Es ist alles, Leute. Es ist nicht gut für deine Gesundheit, immer nur von Allgemeinwaren, von Supermärkten zu essen. Oder magst du Miso nicht? In jedem Fall, ein Mädchen in deinem Alter muss ordentlich essen. Ich empfehle dir dringend Miso-Suppe. Okay, darum geht es wohl am Ende. Deine nächste Mission ist es, nach Akihabara in Tokio zu gehen, also findest du ein Apartment bis nächste Woche. Ich habe einen speziellen Bonus zurückgelassen in deinem Konto, in deinem Account. Also nutze ihn ruhig. Ich werde bald wieder mit dir sprechen, deine Mutter FB. Okay. Sie hat eine Menge Mails wie diese archiviert und aufgehoben. Okay, der Film widerspricht sich mit Steins Gate Zero. War das eine Frage, Darkness? Weil ja, Zero kam als Visual Novel. Warte, ich kann es dir sagen. Darkness Gate Zero, gerade für 30 Euro bei Steam, ist rausgekommen am 9. Mai diesen Jahres. Deswegen ist die Frage ja zwischendurch auch schon mal aufgekommen, wie das jetzt eigentlich ist mit... Das sind verdammt geile Bilder, die ich hier gerade auf Steam sehe. Die mich jetzt schon wieder sehr neugierig machen auf das Spiel, weil ich es ja nicht kenne. Deswegen ist die Frage ja aufgekommen, weil dieses Spiel und der Anime rauskam und dementsprechend, ja, logischerweise die Konsequenz wäre, ob ich mich denn damit auch beschäftigen würde. Ich packe es erstmal auf die Wunschliste für später. Wunschliste bei Steam ist schließlich nichts, was mir da schaden könnte. Wie ist die Bewertung für das Spiel eigentlich? 97% in den letzten drei Tagen, 98% überhaupt von 820 Reviews. Ui. Also, das ist meine Aussage. Das ist ja nicht schlecht. Parallel zum Film auf einer anderen Welt hin. Ja, die Grundprämisse von Zero kenne ich Darkness. Da habe ich... Das habe ich vom Anime her kurz gesehen oder gelesen, die Zusammenfassung, worum es sich darum geht. Aber mehr sagen kann ich jetzt nicht, weil es ja Spoiler wäre, theoretisch für die aktuelle Story hier noch. M4 ist Moeikas Codename. Den sie bekommen hat von FB. Moeika ist eine Mailing-Maschine. Sie sendet FB fast 10 Mails am Tag, aber FB hat keine einzige davon mehr beantwortet. Du musst schon ein Heiliger sein, all diese Mails zu beantworten. Kein Wunder, dass Moeika so abhängig war von FB. Also wird es wohl Zeit für eine weitere Beobachtungsmission hier. Ja, ich habe Daru einige kabellose Infrarot-Kameras auf dem Telefonmasten die Straße runter anbringen lassen. Wirklich? Wir packen ein paar Blocks weg und beobachten die Video, ja beobachten was auf dem Video passiert. Ein Muss für Steinskate-Fans. Ja gut, ich sage mal, Steinskate Zero zu spielen, ohne Steinskate zu kennen, ich glaube, oder Majorifans, ja. Das Spiel zu spielen, ohne die Basis zu kennen, dürfte man wohl niemanden empfehlen können. Weil, da gehe ich so ein bisschen vom Gedanken her nach dem GameStar-System, so im Sinne von 80 bis 90 Punkte ist eine generelle Empfehlung für das Genre. Also zum Beispiel, sagen wir mal, sowas wie Pillars of Eternity oder Witcher. Gut, nehmen wir Witcher als Beispiel. 80 bis 90 wäre eine Wertung zu empfehlen für jeden, der Rollenspiele mag. Witcher 3 hatte ja eine Bewertung von über 90 Punkten, von daher ist es eine generelle Spiele-Empfehlung für fast so ziemlich jeden, weil es so ein verdammt gutes Spiel ist. Ich meine, klar, es sind Steam-Reviews, die sind nicht so zu bewerten, wie es ein Spiele-Magazin macht. Aber 97, 98 Prozent, das würde bedeuten, wie von 800 Reviews, wie viele negative sind dabei? Die kannst du wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, würde ich sagen. Und die können auch nicht allzu krass negativ sein. Ich meine, wir reden hier nicht von Ein-Stern-Reviews oder Ein-Punkt-Reviews oder sowas in der Richtung. Naja. Gucken wir mal, wann wir zur nächsten Szene übergehen, weil dann machen wir für heute Feierabend. Am nächsten Tag fährt Tenyoji zur Arbeit mit seinem Moped, wie so üblich. Und danach kehrt er zu Sonnenuntergang zurück. Kein Anzeichen von seiner Tochter, Nai oder seiner Frau. Am Ende, oder am grühen Sonntagmorgen passiert endlich etwas. Kurz vor drei Uhr morgens tauchen sechs Leute bei Tennojis Haus auf. Sie sind es. Es ist dunkler, aber ich erkenne sie wieder. Es sind die Rounders, die das Labor zusammen mit Moeka angegriffen haben. Moeka zeigt keine große Reaktion. Ich dachte, sie würde sie kennen. Ich frage nach, aber sie sagt, sie habe sie nie vorher getroffen. Es sieht so aus, als wäre die Moeka dieser Weltenlinie komplett abgeschottet worden. Äh, were they done with her? Waren sie mit ihr fertig, sobald sie den IBN gefunden hatten? Tenyoji kommt nach draußen und lädt den IBN in den Kombi hinein. Äh, dann steigen die sechs Männer ein und fahren davon. Tenyoji, äh, sieht ihn noch hinterher, dann geht er zurück ins Haus. Was jetzt? Ich interessiere mich für Tenyojis Geschichte, äh, überseite der Story, aber der IBN würde uns zu FB führen. Wir entscheiden uns, dem Wagen zu folgen. Wir haben vorher Steinske das Original gespielt oder gesehen. Ja, das ist halt die Sache, die Reviews in dem Punkt, wenn sie von Benutzern kommen, ähm, sind halt so weit verfälscht. Da gebe ich dir recht, Darkness. Aber, dann muss man es auch so sehen, wie viele Visual Novels auf Steam gibt es, die dann so allgemein möglich sind. Ich meine, klar, es gibt dann sicherlich so einige. Nehmen wir zum Beispiel das erste Zero Escape oder die ersten zwei, die ja als Kombi-Paket verfügbar sind. Dann kann ich einfach mal ganz kurz spaßeshalber gucken. Zero Escape, Nonary Games sind ja die ersten beiden Teile. Shopseite, sind gerade drin. Eindruck, 30 Tage, 95 Prozent und 95 Prozent über, äh, insgesamt von 500 Reviews. Von daher, äh, es ist schwierig, Visual Novels, glaube ich, ach wie schön, der Charon und, und spottet wünschen sich das Spiel auf Steam. Das ist ja schön. Ähm, es ist schwierig, Visual Novels über Steam, glaube ich, so ein bisschen an den Mann zu bringen, weil es immer noch so ein, so ein Nischen-Genre für Nicht-Japaner ist, glaube ich. Aber, naja. Zumindest, äh, ist die Kundschaft von diesem Genre in sich gesehen immer noch so gehypt von diesen ganzen Spielen, dass sie nicht irgendwie grottenschlechte Reviews verfassen aus irgendwelchen Gründen, wenn ihnen mal so eine kleine popelige Sache nicht gefällt oder so. Ja, natürlich. Das ist genauso, als wenn ich Zero Escape Teil 3 spielen, also, äh, Virtus' Last Reward spielen würde und die vorigen Teile nicht gespielt habe. Tch. Ja, guten Morgen, Charon. Du bist da, hast auf deiner Wunschliste, dass, äh, die ersten beiden Teile von Zero Escape bei mir stehen, dass du dir wünschst. Und Tymon hat es bereits, steht dort. Die Verfolgungsjagd endet beim Narita Internationalen Flughafen. Hm, kannst du wieder was entwickeln? Uh, mehr Entwicklung. Ich will wieder mitgucken. Ich will jetzt einen, achso, ja, ich will nur gucken, was daraus werden kann. Was? Kannst du einen Blumentropf oder ein Früchtchen? Wow, okay. Was willst du? Was? Ich bin auch schon Blumentropf und ich will nicht ein, 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 ein Monster haben, was Früchtchen heißt. Achso, da, äh, ist okay, Charon, hab ich nicht mitbekommen. Äh, ja, Virtuous Lash Reward ginge ohne, nein, 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 aber ich meine, äh, verdammt, hab ich jetzt den Namen verwechselt. Sorry, ich meinte den dritten Teil. Also ich meine, man würde Zero Time Dilemma spielen, ohne einen der beiden vorigen Spiele von Zero Escape gespielt zu haben. Ich glaube, das würde dann schwierig fallen. Ja, genau. Du schreibst das gerade selber, Darkness. Ich hab den Gedanken schon formuliert, obwohl er ihn schon geschrieben hat, das passt. Die sechs Männer mit dem IBN im Schlepptau, äh, betreten ein Flugzeug, das nach Frankreich fliegen soll. Frankreich, Cerns, Heimatland. Was bedeutet das? Dass sie den IBN in der Tasche haben und da hinfliegen, was soll das denn sonst berücksichtigen bedeuten? Egal. Tanioges Frau könnte FB sein. Äh, da es kein weiteres Anzeichen von FB bisher gibt, muss sie ein extrem vorsichtiges Individuum sein. Aber die Beweise, Beweislage, ähm, lässt nur eine Möglichkeit übrig. Auf der, äh, Alpha-1-Weltenlinie hat Mueka in der Nacht, äh, angegriffen, als die Zeitsprungmaschine komplett war. Das Timing war perfekt. Es macht Sinn, äh, wenn man annimmt, dass Tanioges sehr nahe steht, äh, FB sehr nahe steht. Er war ja genau unter uns die ganze Zeit, während wir unsere Pläne diskutiert haben. FB weiß also ganz genau, was los war bei uns. Ähm, der, es war die Schweiz, glaube ich, ja, aber in der Schweiz war, glaube ich, der, äh, der Hadronen-Dingspunkts-Kollidierer, ey. Ich glaube, die Firma CERN sitzt in diesem hier eher in Frankreich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, wir haben die ganze Zeit nach ihrer Flirte getanzt. Als wir nach Akiba zurückkommen, gehen Mueka und ich, äh, in Richtung Tanioges Haus. Aber auf dem Weg dahin bekomme ich einen wütenden Anruf von Kuriso, die ein Update verlangt. Also beschließe ich, mich erstmal darum zu kümmern. Kriegen wir den Anruf mit, oder? Ja. Okay, gut. Und das ist ein perfekter Zeitpunkt zum Aufhören. Einfach nur Kurisos böser Gesichtsausdruck mit drei Punkten dazwischen. Finde ich super. Da werde ich mal speichern für heute. So, und den habe ich gelockt. Das heißt, ich überspeichere den hier mit Majoris wunderschönem Gesicht im Bildschirm. Und dann machen wir für heute Feierabend. Wie gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, da wir ja meine Schönen dahinten das theoretische Versprechen abgerungen haben, morgen Overcooked zu streamen. Nicht? Schulter zocken, okay. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das morgen machen. Dadurch würde ja theoretisch Pokémon dann wegfallen. Oder man müsste halt gucken, je nachdem, wie lange wir noch für Overcooked brauchen, weil ich ja nicht weiß, wie viel Level da noch kommen. Man könnte danach noch Pokémon dranhängen, aber naja. Ähm, geschweige denn, dass Shiva ja zwischendurch auch nochmal ein bisschen streamen möchte und ich bei ihr bei Suikoden ja mitmache. Ähm, von daher müssen wir dann jetzt mal für morgen gucken, wie da der Plan ist. Aber das werde ich dann jetzt erstmal ganz gemütlich mit ihr dann noch auseinanderknobeln. Von daher, ja. Nein, Haro und Kira spielen nicht mit, denn Kira ist... Ich hab's ja geschrieben gehabt. Ich wusste ja heute nicht, wann ich mit dem Stream anfangen kann, weil die Kinder abgeholt wurden. Also nein. Die Kinder sind übers Wochenende nicht da. Wir haben gespeichert. So. In diesem Sinne suche ich nochmal kurz ein Nino Kuni Lied raus. Was nehmen wir denn da schönes? Schatz, schlag ein Lied vor. Irgendwas schönes dabei? Da war die Weltkarte. Aber bitte nicht das Kampfthema, das habe ich schon oft genug gehört. Krise, der imperiale Marsch, die Kulifin. Du verpasst eine K10, schau jetzt mal dazu. Und mach jetzt mal ein Fenster auf. Jo, haut da schon mal rein, Leute. Dann im Real Life hat einen Sitz in Meeren in Kanton Genf in der Schweiz, laut Wikipedia. Ja, okay. Dann das da. Das da. Okay. Dann hau ich mir noch an das da. Okay. Bis morgen, Leute. Denk ich mal, tu ich mal. Guts nächtle. Ciao. Einer. Ja. Ich bin eh. Ich bin eh. Ich bin eh. Ich bin eh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020